Okay, Dynamit ist überbewertet. Das lief so überhaupt nicht, wie ich es gerne gehabt hätte. Und ich bin sehr enttäuscht vom Dynamit. Schade. Was soll man mit dem Mistding sonst anfangen? Ich bin eigentlich ein bisschen angefressen, dass das schon komplett enttäuschend war. Wahrscheinlich nur, um Sachen wegzusprengen. Und selbst da hat es in der Hülle nichts gemacht. Ihr habt ihn gekillt? Wow. Außerhalb der Aufnahmen komme ich hier immer problemlos durch. Und wenn ich es einmal im Let's Play aufnehme, bricht hier alles zusammen. Du bist ein Dieb. Ich wollte sagen, du siehst aus wie in einem PC. Vielleicht, wenn man sie sehr viel streichelt. Nein. Ich weiß nicht, wie man sie zähmt. Ich habe keine Ahnung, wie man sie zähmt. Okay. Dann auf in die... In die Schneehülle. Ich meine, ich habe noch nichts umbringen können. Eigentlich nicht. Ich bin normal um mein Leben gerannt. Aber immerhin bin ich nicht in der Aufnahme gestorben. Das ist schon mehr, als ich es sonst behaupten kann. Das glaubt mir kein Mensch, dass ich sonst immer mit dem Bogen hier alles platt gemacht habe. Und ich habe mich verklickt. So. Okay. Dann werde ich mal schauen. Was ich hier abbauen kann. Zunächst einmal brauche ich die Fackel. Das hilft auch ein bisschen gegen die Kälte. Nur sehr wenig, aber immerhin. Das hier ist komplett unnütz. Was soll man damit anfangen? Vielleicht werde ich es irgendwann rausfinden. Aber nicht... Heute. So, das da oben müsste ich jetzt abbauen können. Wieso immer noch nicht? Wahrscheinlich muss ich jetzt die Werkbank aufrüsten. Schon wieder. Kann ich das abbauen? Auch nicht. Das Spiel mag mich nicht. Ich brauche schon wieder ein neues Level ab. Für die Werkbank. Noch stärkere... Noch stärkere Gegenstände. Werkzeuge, würde ich sagen. Dann kille ich eben dich hier. Komm. Komm her. Au. Das lief ja so überhaupt nicht. Und das auch nicht. Okay, ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Das geht nicht. Das geht nicht, weil ich nicht den wichtigen Schlopp bin. So geht das nicht. Wieso geht das nicht? Danke. Jetzt könnte ich den damit gebrauchen. Könntest du bitte dich hier angreifen? Ja, greif sie an. Roll in die Gegend. Keine Ahnung. Oh, das läuft so überhaupt nicht. Viel zu viele Gegner. Viel zu viele Gegner. Nun, ich versuch's. Es bringt nicht viel, aber ich versuch's. Wow. Ich hab getroffen. Ich hab einmal getroffen. Ich hab zweimal getroffen. Das war nur ein Streifschuss. Das nicht. Hat's getroffen? Vielleicht. Ach, komm schon. Irgendwer hinterher geschossen. Wow. Haha, schade ich weiter. Oh. Okay, jetzt nur noch der Kleine, aber ich bin verwundert. Und so geht das nicht. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ah. Ich hab' schon spät gemerkt. Ich hab' schon spät gemerkt. Hör auf, Fackel zu werfen. Das Problem ist, ich bin halt dran gewöhnt, dass ich mich mit der rechten Maustaste heilen kann. So, ein paar Mal hab' ich jetzt so ein bisschen drin geschossen. Jetzt nicht so oft. Aber ich bin nicht gestorben. Da ist meine Fackel. Da ist doch eine Fackel. Obsidian, Valtax. Schöne Sachen droppen Sie. Mal davon abgesehen, dass ich nichts davon hier abbauen kann. So. Ist es. Ist das ein Pfeil? Hier hat doch irgendwas geglänzt. Da oben hat es was geglänzt, okay. Und hier glänzt was. Ich hab' überall hingeschossen. Das sind ganz normale Steine. Die suche ich nicht. Da oben sind's Gegner. Die suche ich auch nicht. Das ist doch nie im Leben von mir. Der Pfeil. Eines Tages. Eines schicksalshaften Tages werde ich es schaffen. Aber nicht heute. So. Hier was abzubauen. Alles nehmen. Drück einfach C. Ach, selbst C muss man gedrückt halten. Wie übel ist das denn? Spitzhacke selten. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Lass fallen. So spontan sehe ich jetzt nicht so vieles. Ja, ich bin dran. Sekunde. Hier. Ist es. Alles nehmen. Und alles droppen. Fallen lassen. Fallen lassen. Also ich sollte immer noch nicht hier sein. So heißt's. 20.000 Weg zur Capcouritz. Nur um ins Schneegebiet kommen zu können. Und hier was abbauen zu können. Verstehe das, wer will. Immerhin. Ich habe ein bisschen was gezeigt. Unter anderem, wie ich es schaffen kann. Nicht sofort getötet zu werden. Fallen lassen. Merkt euch meine Worte, ihr Rohstoffe. Eines Tages werde ich euch abbauen. Ihr werdet mir nicht auf ewig entkommen. Ich nehme immer noch auf. Wenn ich in Memphis war. Alles okay? Du, du schwebst da? Ja? Soll ich dir darunter helfen? Kann ich dir darunter helfen? Ich habe diese Darth Vader-Kräfte. Die Macht. Na komm. Kätzchen. Kätzchen. Hat sich wegteleportiert. Gut. Soviel dazu. Da ist da eine True. Schaffe ich das? Wenn ich die richtige Waffe ausfehle. Und zwar... Okay. Keine Fehler jetzt. Dann zeige ich noch mal meinen Wert. So. Was soll denn das? Au. Na warte. Das nehme ich persönlich. Und jetzt sterbe ich. Äh. Hör auf. Du sollst das nur essen. Du sollst das nur essen. Ist schneller. Okay. Ah. Verflucht nochmal. Wieso geht's? Wieso haben die so extreme Trefferquoten? Das ist nicht fair. Wieso isst du es nicht? Wieso schießt du nur Pfeile ab? Wieso ärgerst du mich? Du sollst keine Pfeile essen. Essen sowieso nicht. Ach. Ach komm schon. Ha. Man muss nur feige sein. Dann klappt das. Geh mal hin. Ich bin nach wie vor nicht gestorben. Schlag und Sprung. Schlag und Sprung. Und ja. Okay. Das war nicht so gut. Ich muss essen. So. Gib mir eine Sekunde. Dankeschön. Also eine katastrophale Performance. Aber ich bin immer noch nicht tot. Diese droppen so schöne Sachen. So. Teilweise weil ich die Hamburger dabei habe. Die stellen ja unglaublich viel HP her. Schlörfsaft. Okay. Ich muss ein paar Sachen droppen. Hoffentlich finde ich etwas, das ich droppen kann. Fallen lassen. Oh. Das ist schön. Fleischpastete. Durch das hier. Das. Dadurch wurde die Fleischpastete getroppt. Meine ich. Oder sie waren in der Truhe. Das kann auch sein. Dass ich sie gerade aufgehoben habe. Das lohnt sich perfekt. Dafür einen Slot wegzunehmen. Fallen lassen. So. Oh je. Ich habe zu wenig Inventar. Käse. Mais, Korn, Planke. Sonst brauche ich aber auch hier gerade nicht so viel. Kimbersamen. Mais. Das wird nämlich... Oh. Ja genau. In der Luft. Warum nicht? Das würde mich vielleicht noch interessieren. Ein Siebener. Gerne. Das da drüben ist wahrscheinlich auch ein Siebener. Ja. Die sind nicht so schlecht. Wolle brauche ich keine. Nimm die Fackel raus. Nein, 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 nein. Denk nach. Ich brauche die Fackel auf diesem Slot. Auf dem anderen Slot sollte ich Futter reinpacken. Und zurück zur Basis. Schlürfsaft. Die wärmen sich da drüben. Den könnte ich besiegen. Merk. Lohnt es sich, sich mit ihm anzulegen? Gut, ich hätte einen Schlot frei. Ach. Okay, dann versuche ich es im Lackern. Bitteschön. Früchtekuchen. Schubsaft. Alles dank dieser Waffe. Aber ich muss trotzdem was abwerfen. Was soll ich wegschmeißen? Was soll ich wegschmeißen? Fallen lassen. Wie viele davon habe ich im Moment? Fallen lassen. Früchtekuchen und Schubsaft. Oh, episch. Senkt vorübergehend den Hunger und erhöht. Hausdauer-Regeneration. Endgame-Futter. Viel besser als diese kleinen... ...gar nicht mal so schlechten Armbrüste. Wo bist du? Wo bist du? Schießt mit deinem Internet. Da oben bist du. Fahr zur Hölle. So. Kann ich jetzt was essen? Also so wie ich das sehe, planen sie halt voraus, wo man sich hinbewegen wird. Und schießen dann in die entsprechende Richtung. Was natürlich sehr schlau ist. Und da ich normalerweise nicht einfach stehen bleibe, bin ich genau da, wo sie hinschießen. Zufälligerweise habe ich vorhin aufgehört zu rennen und so hatte dahin geschossen, wo ich sein würde, aber nicht wo ich war. Gut für mich. Wenn du mich erwischst, bin ich tot. Oder zumindest sehr, sehr eingeschlagen. Du bist es nicht wert. Den Bogen hebe ich mir auf für etwas, wo es sich lohnt, gegen zu kämpfen. Ja, ich habe die Expedition halbwegs überstanden. Viel Loot angesammelt. Nur die... Tiefgrünes Waldlad. Ja, ja, es heißt jetzt anderes. Nur die Schneehülle. Die habe ich immer noch nicht erkundet. Beziehungsweise habe ich immer noch nicht feststellen können, was ich da abbauen kann. Dafür muss ich wahrscheinlich das hier aufrüsten. Das heißt, ich müsste nochmal ins Wüsten Dungeon. Für ein paar weitere Obsidian. Obsidian-Tafeln. Ist zu schaffen. Muss ich, beziehungsweise werde ich aber aufs Krieg machen. So, Tür zu. Und Gute Nacht. Und Gute Nacht. Und Gute Nacht. Und Gute Nacht.